Mein erstes E-Book geht heute auf meinem Blog online. Es heißt das Phänomen der Schlanken. Lerne auch, wie ein schlanker Mensch denkt und vor allem isst. Schlanke haben einfach ein anderes Selbstverhaltensmuster. Ich habe einen 5-Schritte-Plan entwickelt, der die Spiegel einfach lernt, wie es die Schlanken machen. Schau es von ihnen ab. Ohne Essertakten, ohne Überessen und vor allem ohne Tiet. Also, werde auch ein Phänomen. Teilt und liked das Video. Danke.